weißt du was spaß macht was denn oder so das sollte ich nicht ganz so in der jahre und umregend das war das so einfach geht was oder vorerst vorliegen dass man jeder hier kommen kann sich quasi den Weg der im Vorschlag machen mit Vorschlag haben glaube ich nicht aber mit so verschiedenen Vorrichtungen Spreng um nur Sachen wir haben sich auf jeden Fall dass ich nicht auf jeden Fall dass man so jede Runde nicht weiß, von wo der Gegner kommt, sondern sich darauf einstellen muss. Das finde ich schon irgendwie, das klingt zumindest in der Theorie nicht schlecht. Boah, ticker! Ist das broken. Mhm. Ich hab ja nur 100 FPS auf deine... Den Ding des Todes sehe ich gerade. Wichser. Schaden. Also ich finde Grill jetzt auf B ganz toll. Bot. Oder Bot Kick. Bot Kick. Bot-Kick. Bot-Kick. Ach, wie außerhalb der Map gespungt ist das scheiße. Hast du es dir eben durch den Kopf gehen lassen, Fahrer, ja? Mhm. Ich fände es nicht cool, wenn die Map auf dem nächsten Major gespielt wird. Mit dem Weihnachtsmann da oben, mit der AWP. Habt ihr den gesehen? Man, ich wusste ja, dass du dahinter stehst. Du fragst dich jetzt... Hä? Ich seh den nicht. Ja, hier, kick mal Fahrer, das ist ein Glitcher. Nee, nee, es ist echt so. Fahrer, Fahrer hat an. Alter! So, jetzt bin ich irgendwo am Arsch der Welt. Nixer. Naja. Treff dich nicht. Ich bin hinter dir. Wer ist hinter mir? Warte, du bist hinter mir. Ja, wir warten auf dich. Boah. Ich hab doch schon in zwei Minuten gesagt. Äh, äh. Na, wir, äh, beschäftigen uns hier. Wir haben Spaß. Alles gut, Ali. Jetzt zeig ich euch mal. Wie weit. Das ist ja nur ein Spot. Ach, wir kriegen Anal ist auch hier. Anal ist auch hier. Anal ist fatal. Ich hänge. Ich hänge. Ich hänge. Hä? Wo ist Adi? Du musst links rum. Lauf links. Ich find dich nicht. Alter, ist das doof. Ich hänge. Hä? Adi, bist du bald nicht online? Du musst links. Mit dem... Fahrholzeichen. Ich mag die Map. Keine Ahnung. Oh. Scouts. Weil besonders die Bugs sind geil. Die muss dieses Major kommen. Ja, das wäre ich auch dafür. Aber die müssen bis da noch die Lex ausprügeln. Lex, du bist einzig mit Lex. Was ich ja geil finden würde, wäre es, wenn Connors 2 ein dynamisches Wettersystem hätte. Sprich, du spielst, um in zwierfälliger Weise Regen zu machen oder schneid. Du hast gewusst, dass du dahinter gespawnt bist. Gehen, was soll das Haus? Nee, ich bin nicht gespawnt. Ja, du nicht. Äh, äh. Andere. Andere Sichtverhältnisse? Zum Beispiel? Ja, so wie bei Rainbow Six. Ja, nee. Ich kackwaffe. Du weißt, was du hier stehst. Oder es kommt ein Sandsturm oder sowas. Oder... Die Sonne ist so tief, dass die Blende... Irgendwie sowas, was? Steht ja doch nicht mehr dahinter, man. Ich dominiere Nova. Ja, komm, 4G2. Aber so ist es witzig. Aber so ist es witzig. Ja, komm, 4G2. Ich hab's gehört. Ich komm nur wieder nicht raus hier. Wer hat noch einen höheren? Aber ganz ehrlich, ich Mama, hat das ja echt einer, das er rumleckt? Nö, ich lecke nicht. Ich lag gerade drunter. Jaaaa. Wöö? Hallo? Wörst du nicht? Ja, ich konnte dich nicht sehen. Loll, der hat an. Kick den mal. Der Bot hackt. Naja, Bot hackt. Voll schlimme Finger. King Granal kriegt fatal. Kommt man hier irgendwie raus? Ja, Bot schluss um den Kick. Ah, hier kommt man fast. Ne, dann hängt man noch. 30 Sekunden noch. Einfach nur Bot schluss um den Kick. Das war's. Bot hat gewonnen. Scheiße. Guck, sogar hier hat er fast 300 Punkte. Hm. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.